Hallo und hier bin ich doch wieder. Was heißt doch wieder? Ich hab einfach nur kurz Cut gemacht. Weil, ja, keine Ahnung, wieso ich euch jetzt zuschauen lasse, wie ich am Anfang spiele, aber, ja. Also hier ist ein Schmied. So, von dem können wir jetzt eine Geste lernen. Ja, aber ich weiß nicht mehr, wie man Gesten benutzt. Ähm, und wir können hier Rüstung verstärken mit so kleinen Scherben. Oh, wir haben noch eine kleine, ne, wir haben mehrere kleine Scherben für mich. Oh, ähm, ich möchte jetzt mal gucken, wo unser, also, bin ich auf Ausrüstung verstärken? Ja, ich wollte eigentlich auf Waffe verstärken. Ich glaube, ich mach das mal. Ja, verstärkt um eins. Oh, jetzt haben wir keine kleinen Scherben mehr. Okay, aber macht nix. Man bekommt voll viele Scherben, wenn man da oft genug stirbt und so wiederholen muss, weil die Gegner droppen eigentlich ordentlich Scherben. Also ich hatte am Ende im Überfluss. Aber es kann auch nur an mir liegen. So, jedenfalls haben wir jetzt unsere Uchigatana aufgerüstet. Und werden jetzt erstmal das Tor öffnen, dann die drei Ritter besiegen, zum Feuerling schreien, rennen und dann wieder diese kleinen Mini-Bosse da besiegen. Und danach kommen, glaube ich, schon die Gargoyles, die ich nicht machen möchte. Aber ich kann mir meine Gegner nicht aussuchen. Oh nein, jetzt haben die mich beide gesehen. Das ist ja groß. Okay. Ah, es hat wieder so dumm vibriert. Ach komm, möchtest du mich ver... Ja, jetzt trink doch noch. Mann. Also manchmal frage ich mich echt, was die denken. Ach so. Das wird auf Dauer anstrengend. Boah, wieso habe ich nur so wenig Ausdauer? Ich verstehe es gar nicht. Wie habe ich denn beim Spieldurchlauf davor so viel Ausdauer gehabt? Habe ich da... Habe ich da irgendwie was anderes erhöht? Ach, keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Das ist mir momentan irgendwie ein Rätsel. Ah, hätte ich doch meinen alten Speicherstand nur. Oh, ich habe ein balders Seitenschwert. Das möchte ich mir jetzt mal angucken. Ähm. Ah, den Bogen, der brauche ich sowieso nicht mehr. Äh, weil da 80. Oh, das sieht auch gut aus. Oh, da braucht man aber viel Stärke. Füße. Da. Ach, ich habe hier noch... Wie. Robustheit. Gewicht. Was ist eigentlich an dem Utica-Tana jetzt? Rot. Wieso ist es rot? Frage ich mich. Nicht genug. Stärke, oder... Egal. Ich gucke jetzt erstmal. Wo war das Balders Seitenschwert? Hier. Das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Das sieht sogar schon fast besser aus als mein... Uchigatana. Uchigatana. Na ja, das ist auch hübsch. Ich probiere es mal aus. Obwohl ich ja eher auf Katanas stehe. Ich habe eine Schwäche für... Katanas. Ich dachte, der Typ kommt gleich rausgerannt. So. Ah, ich mag die Kombo von dem Uchigatana irgendwie mehr. Wenn ich mir das jetzt hier so angucke. Ich muss mich hier veräppeln. Ich werde das hier öffnen. Oder soll ich es doch geschlossen machen? Ah ne, komm, ich öffne es. Ich weiß nicht. Oh, ich würde jetzt das Uchigatana nehmen sollen. Ich nehme lieber mal erstmal noch mein Uchigatana. So, jetzt kommen die schwarzen Ritter hier. Ah, warte. Ich wollte erst noch... ...die Leiche da rauskriegen. Ach. Schade. Wollen die mich verhöhnen? Oder wieso trinken die immer erst was? Ah, ich habe das helle Bade-Ding. Ich finde es irgendwie voll toll. Ich kann euch nicht sagen, wieso, aber... Ja, ich bin zu schwach, um es einhändig zu tragen. Schade. Warte mal. Ja. Wie sieht es aus, wenn ich damit zuschlage? Wow. Okay. Als nächstes kill ich Stärke. Dann rüste ich so lange nochmal das... ...dieses... ...tolle Baller-Seitenschwert aus. Was... ...glaube ich für... ...was haben wir aus größter Bewegung? Geschwindigkeit? Keine Ahnung. Ein ziemlich gutes sein soll. Hat er uns nicht gemerkt. Ach komm. Schläfst du oder was machst du da? Ich möchte nicht seine tödliche Kombo abbekommen und dann One-Hit. Also manchmal... Ah, jetzt. Ach, ich sollte meinen Controller nicht so an meinem Tisch... Oh, Hilfe. Also wenn der einen Fall ist erwischt, dann ist man schon mit einem Schlag, glaube ich, tot. Da ist uns noch was Tolles dabei. Ne, hat er nicht. Okay. Gibt es hier sonst noch was? Na, hier ist kein Gegner. Oh, sieht er diesen starken Ritter da hinten? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ihn besiegt zu haben, aber... ...hab ich... ...anscheinend. Na? Oha! Ich freue mich ja darüber, dass du was trinkst, aber trotzdem... ...muster sein. So. Also. Wo ging es hier nochmal zum Feuerling schreien? Ich glaube, ich muss gleich... Ich muss mich ganz rechts halten. Äh, ganz links. Okay. Ich habe Angst. Es ist... Nein, falsches... Falsche Tür. Falsche Tür, falsche Tür. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Oder hätte ich ins andere müssen? Nee, das andere war nicht offen, oder? Ich glaube, es ist schon richtig. Ja, es ist richtig. Gott sei Dank. Ich habe gedacht, er kommt jetzt auch noch hier in das enge Dings rein. Oh. Ach, er heißt gar nicht Feuerling schreien, er heißt Feuerbahn schreien. Wie komme ich dann auf Feuerling schreien? Vielleicht den englischen Namen? Keine Ahnung. Oh. Boah, irgendwie war das gerade ein bisschen nervenaufreibend. Na, wir können nicht mehr aufsteigen. Der Vorteil davon ist... Jetzt, unser Weg ist nicht besonders lang und wir haben jetzt wieder 10 Estus-Flasks. Und... Ja. 10 mal Estus. Und davor hatten wir immer nur 5. Ich glaube, ich laufe hier gerade voll falsch. Ja. Ähm. Ja. Ich überlege gerade, ob ich jetzt doch vielleicht auch die Medizie bis Rüstung mal wieder anziehe, anstatt hier halbmack drum zu rennen. Aber keine Ahnung. Ich finde es angenehm. Sieht irgendwie so... So draufgängerisch aus. Ich bin zwar nur halb angezogen, aber ich bin trotzdem stark. Das finde ich irgendwie cool. Oh, ich dachte schon, es bewegt sich nicht. Cool. Wir haben das Ball da. Seitenschwert. Ich habe gehört, das soll ganz toll sein. Aber naja. Boah, das steht genau davor. Willst du mich veräppeln? Wir machen eben so viel Schaden. Es ist so faszinierend. Und wir sind gleich wieder tot, ey. Kann man den backsteppen? Wahrscheinlich schon, oder? Na, es möchte aber nicht. Ich stand nicht genau hinter ihm. Duft, duft, duft. Möchtest du mich hier auf den Arm nehmen? Oder wie? Puh. Wir haben keinen Estusflask... Flask... Blah... Benutzt. Ach, normalerweise erledigt man die oben zuerst, oder? Den mag ja, damit der einen nicht erwischt, wenn man unten langläuft. Aber... Naja. Ich trinke jetzt doch mal einen Estusflakon. Oh. Der hat mich jetzt überrascht. Muss ich ehrlich gestehen. Ey, wieso erwische ich den nicht? Das ist ja voll scheiße. Boah, was war das? War das jetzt ein Megastoß? Boah. Zeitlupe. Ich konnte mich nicht verwegen. Es war Zeitlupe und er... Boah. Das... Macht mich gerade sprachlos. Ist das... Äh... Also echt, das war jetzt gerade ein bisschen... Boah. Das wusste ich nicht, dass der sowas drauf hat. Ich hatte schon eine Erinnerung. Ich habe irgendwo gelesen, dass der so ein One-Hit... One-Kill... Wie heißt das? Keine Ahnung. Ich habe es vergessen. drauf hat, aber... Boah. Das war gerade überraschend. Und ein bisschen deprimierend. Ich möchte nämlich schon meine Menschlichkeit und meine Seelen wieder haben. Und wenn ich jetzt nochmal gegen den verliere, weil... Weil das so eine Attacke macht. Bin ich schon ein bisschen traurig. Muss ich gestehen. Na. Ich lege das hier gleich. Ich nehme es mir gleich. Scheiße. Äh. Nimm es. Nimm es, nimm es, nimm es. Gut. Gut, gut, gut. Boah. Rücken hinterher. Das möchte ich nicht. Nein. Ich stehe mit dem Rücken zu ihm. Bin ich doof. Nein. Was mache ich da? Wieso hat der jetzt schon wieder sein dummes Es? Das Dusflakon da in der Hand. Meine Güte. Ah. Ja, jetzt fängt es mit dem Sterben an. Ich habe schon gedacht, in dem Durchlauf wird alles super duper. Und ich muss nicht mehr sterben. Aber es scheint in dem Spiel kein Ende zu geben. Ah. Und dann läuft er da mit seinem Beknacken. In Estusflakon rum, anstatt sich zu verteidigen. Also mein Charakter möchte ja auch nicht auf mich hören. Und dann ist mein Verlorenes gut gleich hier. Sollte es sein. Und der Typ ist hoffentlich wieder da, wo er sein soll. Verlorene Energie wieder herstellen. Verlorenes gut zurück erhalten. Jetzt kriegst du mich nicht mehr. Jetzt gleich Konter und... Scheiße. Nicht erwischt. Oder vielleicht warte ich einfach auch, bis er sein Estus trinkt. Oh, ich habe Angst, dass er wieder sein One-Dinges macht. Ah, nee. Okay, es hat gut geklappt. Ich glaube, hier kommt dann noch dieser eine Magier da, den ich... Ja, da ist er, da ist er. Kann er durch die Wand schießen? Nee, oder? Ah, es sieht aber irgendwie nicht gut aus, was der da macht. Oh. Nein, ich traue mich nicht. Wie habe ich das letztes Mal geschafft? Der hat auch so viele Typen da. Vielleicht mache ich die ganzen Typen hier zuerst. Indem ich mich auf die Treppe flüchte. Ich glaube, ich habe die hier immer gemacht. Aber ich habe die mit dem Helde... Helde Baden immer gemacht. Ah, er hat sie verstärkt, glaube ich. Oh, ich habe ihn schon gesichert. Oh, oh, schlag zu! Danke. Ich hoffe jetzt nicht, dass der Magier um die Ecke kommt, sondern nur die Typen. Oh, oh. Der Magier kommt mit um die Ecke. Auf den kann ich verzichten, auf den kann ich verzichten, auf den kann ich verzichten. Na, kommt hier bitte ganz runter. Da kann ich mir gut abholen, wenn ich sterbe. Ja, ich habe sehr viel Selbstvertrauen. Ich komme schon mal hier hin, damit ich mir gut abholen kann. Ja, ich habe drei auf einmal erwischt. Und sollte jetzt mal Estus trinken. Boah, wie viel gibt es hier denn noch? Ich habe Angst vor dem Magier. Begegnet er mich ja gleich um die Ecke? Der Magier ist eigentlich gar nicht so schwer. Ich glaube, ich hatte den damals ganz einfach. Aber... Es kann auch sein, dass ich einfach nur Glück hatte. Also er tanzt erst mal. Scheiße. Mich haben diese Krieger von hinten erwischt. Boah. Das war gerade grandios. Aber wenn ich Glück habe, liegt mein Gut unten. Was machst du da? Liegt mein Gut unten. Der Magier ist tot, also wird er nicht wieder gespawnt. Und ich muss... Die Krieger muss ich vielleicht trotzdem machen. Hier. Ich habe gerade irgendeinen seltsamen Schatten gesehen. Oh, unser Körper sieht nicht schön aus. Ich hoffe zumindest, dass der Magier jetzt nicht doch noch lebt. Ah. Wieso ist mein Gut nicht hier? Kamen wir nicht von hier? Oder nee? Liegt mein Gut da? Bitte lass mein Gut da irgendwo liegen und nicht da oben. Verdammt. Sag nicht, dass mein Gut wirklich da oben liegt. Hä? Wo liegt mein Gut? Also. Hier liegt mein Gut nicht. Es liegt wahrscheinlich doch oben. Und gedroppt hat er ja auch nicht. Feuerhüterseele. Äh. Aber wenn ich jetzt wieder verliere, dann kann ich mein ganzes Gut. Und nein, wieso liegt es da oben? Das regt mich gerade voll auf. Du machst deine tolle, tolle Monster-Super-Attacke nicht bei mir. Nochmal. So, ich greife zuerst an. Ich greife zuerst an. Ich greife zuerst an. Okay. Vielleicht liegt mein Gut auch schon hier irgendwo. Ja, es liegt hier. Ich nehme es mir einfach schnell. Und flüchte wieder da zur Treppe. Da finde ich es eigentlich immer ganz angenehm. Weil dann steht man zuerst hier unter ihm. Und Jones hat mich gerade angeschrieben. Das hat mich gerade ein bisschen irritiert. Aber, ja. Ich sollte mal wieder onkommen. Ich konnte gestern nicht on, weil... Zu stressig. Ich habe gar keinen erwischt. Oh, wie der gerade auf uns zugewandt ist, sah echt episch aus. Warte mal, ich trinke erstmal Estus. Ähm. Das sind ja auch bald die... Also... Ja, die Gargoyles kommen dann da, wenn ich dann die Leiter da hochgehe im anderen Raum. Aber ich glaube nicht, dass ich sie jetzt noch mit meiner Verfassung bestehen kann. Vor allem nicht an dem heutigen Tag, an dem ich das Spiel gerade angefangen habe. Und, ja. Ich überlege gerade, ob ich den da oben jetzt noch mache. Aber, ne. Ich gehe jetzt wieder zurück zum Feuer und... Level irgendwas auf. Ich denke mal, ich level stärker auf. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird mich gerade jemand verfolgen. Aber keine Ahnung wer. Und vielleicht kann ich dann schon das helle Badeding ausrüsten. Aber warte, ich gehe diesmal... Obwohl, der Feuerling schreien... Äh, der Feuerband schreien ist jetzt eigentlich... Besser. Dann habe ich 10 Flakons. Ne. Ich gehe jetzt erstmal... Bevor ich die Gargoyles mache, möchte ich vielleicht noch ein paar kleine Scherben farmen. Oh. Ich habe nicht gesehen, dass da noch die Gegner waren. Ich habe nicht mehr dran gedacht. Da, ja. Bevor ich die Gargoyles mache, sammle ich erstmal noch so kleine Scherben. Und... Rüste meine Waffe ein bisschen auf. Und... Ja. Und steige vielleicht währenddessen noch ein paar Level auf. Und dann bin ich auch seelisch, in der Verfassung sie zu machen. Ähm, ja. Ob ich es euch dann wieder zugucken lasse, weiß ich noch nicht. Weil... Manchmal möchte ich es auch spielen, wenn mein Vater da ist. Aber wenn mein Vater da ist... Da kann ich nicht... Ähm... Nicht aufnehmen. Weil mein Vater sich dann fragt, mit wem rede ich dann? Und wenn ich sage, ich rede in einem imaginären Publikum... Schickt er mich entweder als einen Psychologen... Oder möchte genau wissen, was ich mache. Und... Dann sagt er, es ist zu gefährlich. Und dann darf ich ihn wieder Let's Plays machen. Und das will niemand von uns. Oh, wir haben eine kleine Scherbe. Dann rüste ich wieder Suti Katana auf. Oh, schade. Jetzt brauchen wir zwei kleine Scherben. Okay. Aber... Es ist schon mal stärker. Vielleicht wage ich mich im nächsten Versuch doch an die Gargoyles. Aber es ist jetzt schon ziemlich spät. Vielleicht sollte ich das dann doch nicht machen. Naja. So. Das ist so cool, dass wir die Gargoyles haben. Ähm, ja. Ich gehe dann mal auf Stärke. Ich weiß nicht, ob das gut ist, Bewegung oder... Was war das? Keine Ahnung. Gewandtheit und Stärke. Aber... Ich finde beides eigentlich... Warte mal. Kann ich jetzt das Helle Bade ausrüsten? Ja, jetzt kann ich das Helle Bade ausrüsten. Oder den Helle... Das Helle Bade. Ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie cool. Und dieser Angriff ist voll gut für Massen. Finde ich voll cool. Wahrscheinlich werde ich das jetzt erstmal eine Weile nehmen, um kleine Scherben zu farmen. Und... Ja. Aber ich setze mich jetzt nochmal hier dran. Und verabschiede mich. Und sag auf Wiedersehen. Danke fürs Zugucken. Und... Ja. Wir sehen uns im nächsten Video. Beziehungsweise wir hören uns im nächsten Video. Dann auf Wiedersehen.